Also, du machst das folgendermaßen. Du musst die Nadel wie ein Dolch in sie reinstoßen. Ich muss dreimal auf sie einstellen? Nein, du stichst nicht dreimal auf sie ein. Du musst nur einmal stechen, aber da muss es hart genug sein, um ein bisschen in ihr Herz zu dringen. Okay, und dann, wenn du das geschafft hast, drückst du den Kolben runter. Okay, was dann? Was passiert dann? Darauf bin ich selbst neugierig. Das hier ist kein verdammter Witz, Mann. Ich meine, was ist denn, wenn ich die Tür nicht so post? Nein, 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 nein. Ich meine, dass sie wieder zu sich kommen. Das... Okay, 10 bis 3. Ist gut. Fertig. Eins. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020